Bernhard Wozitzki-Ossist ist ein österreichischer Priestermönch des Zisterzienser Stiftes Heiligen Kreuz, Liturgiewissenschaftler, Prediger und Beichtvater. Wozitzki wurde als Sohn eines Arztes in Wien geboren und auf den Namen Johann getauft. 1968 maturierte er und studierte anschließend Theologie an der Universität Wien als Alumne des Wiener Priesterseminars. Er entschied sich für die Einkleidung im Zisterzienser Stiftheiligen Kreuz und legte nach einjährigem Noviziat am 15. August 1973 die zeitliche Profess ab. Bei der Aufnahme hatte er den Ordensnamen Bernhard bekommen. Bis jener 1975 besuchte er nun das päpstlich-liturgische Institut Sankt Anselm in Rom. Um seine Priesterweihe erhielt er am Hochfest Peter und Paul im heiligen Jahr 1975 durch den Sell. Papst Paul VI. auf dem Petersplatz. Nachdem er das Lizenziat für Liturgiewissenschaft erworben hatte, war er ab 1976 als Assistent von Leopold Lenthalerbeauftragter für Liturgiewissenschaft an der philosophisch-theologischen Hochschule Benedikt XVI in Heiligenkreuz. Außerdem war er Mitarbeiter an der Erstellung eines neuen lateinischen Breviers für den Zisterzienser Orden. Es wurde 1978 herausgegeben. Zum Promotionsstudium kehrte Wozitzki 1983 nach Sankt Anselm in Rom zurück, wo er am 31. Jänner 1985 die Defensio seiner Dissertation über Sacramentum und Mysterium bei Bernhard von Clairvaux hielt. Nach seinem Doktoratsstudium kam er wieder nach Heiligenkreuz, wo er seit 2. Juli 1985 als Professor für Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie unter anderem im theologischen Grundkurs unterrichtet. Zusätzlich zur wissenschaftlichen Tätigkeit war Wozitzki ab 1977 Sozius des Novizenmeisters und ab April 1978 Delegierter der österreichischen Zisterzienser Kongregation für die Liturgische Kommission des Ordens. Seine seelsorgliche Tätigkeit rückte in den Mittelpunkt seines Wirkens. Von 1988 bis 1998 war er Pfarrer in Maria Reisenmarkt, anschließend ein Jahr Pfarrer in Sulz im Weinviertel und von 1999 bis 2000 Wallfahrtseelsorger im Stift Heiligenkreuz. Er war von 2000 bis 2009 Stiftspfarrer und von 2001 bis 2004 Saprior des Stiftes 2011 wurde er wieder zum Saprior ernannt. Veröffentlichungen Das neue lateinische Zisterzienser Stundenbuch In Heiliger Dienst 33 S 123 bis 128 Zugleich in St. Dacrag S 54 bis 58 Bernhards Leben mit der Eucharistie In D. R. Bauer und Gotthard Fuchs Bernhard von Clairvaux und der Beginn der Moderne S. 214 bis 228 Bernhard über Bernhard Pater Bernhard nur die Liebe heilt mit Hinrich E. Büs 10 10 11 11 15 15 16 16 16 Vielen Dank.